Auf dem Platz aber nicht. Im Leben. Boah, klebt das ja. So um ein Uhr nachts duschen gehen. Ja, vor allem wenn wir in der 6er WG wohnen. Wenn er davor gewonnen hat, dann ja. Aber in der einen Nacht war er auch nicht duschen. Die Musik, die kam nicht von ihm. War er nicht. In der zweiten Nacht im Tokio war der Sascha nicht. Das war niemand anders. Das war immer anders, das war der Sascha nicht, der da geduscht hat und die Rapmusik angemacht hat, mitten in der Nacht. Er war es nicht. Ich habe nur eine Vermutung. Ich habe nur eine Vermutung. Schrägst, ne? Schroffi, was du sagst, das hast du für eine Musik. Das wollt ihr auch machen. Ich mach auch heute. Ich mach nicht mich selber. Ich mach dich auch. Du hast ja gerade beim Wiegeschnitz auch dich selber gemacht. Ja, aber nicht bei Musik, das schluss auch. Was hörst du denn aus? Ich höre wirklich... Was hörst du? Eigentlich höre ich alles, also von Rot und Sie bis Blümchen, quasi wirklich. Schlager? Ich schlage nicht. Nein. Krieg ich raus. Krieg ich weg. Rammstein? Warum jetzt Rammstein? Wie war denn das nochmal? Ach, ach so. Okay. Da gab es doch irgendwas. Oskar. Ey. Nimm auch einen Pütz. Ja, du bist doch ein Typ dafür. Einfach nur, um mir auf den Sack zu gehen. Und ich auf Rammstein. Ja. Wichtig ist es mir. Oh. Würde ich jetzt Handmann nehmen, wenn der jetzt da wäre. Echt oder was? Ja. Ja. Und der war beim David Cup, beim ATP Cup da und hat gar nicht das Match gespielt. Vor allem mit mir noch 18 Stunden. Da haben wir keinen Kost gespielt. Hör doch auf abzuschauen. Ich hab keine Ahnung. So einen Mann haben vielleicht. Okay, Juni. Das ist eindeutig. Stoffi. Guter Mann. Jo, danke Jungs. Freut mich. Dankeschön, ja. Nimm's auch? Nimm's auch? Muss ja. Das kann schon früher. Hältst du schlecht. Das sind die Orte. Aber wenn ich beide weiß, einfach Orte nimm. Wenn du da hast. Naja. Na gut. Da hast du längst eine Haare. Das ist ja Spaß in der Nacht. Witz. Echt, du, ich einmal einen Film? Den nimmt ja wenigstens selbst. Weil ich, ja, heute gar nicht. Was war gestern, als ich geklopft hab? Heute ist der Ausgabe getroffen. Da gibt's schon eh Ehegräße. Die diskutieren grad. Wir haben jetzt auf zu streiten jetzt. Hör auf, ey. Wir können gemeinsam wieder essen gehen. Nimm doch einfach Otten, wenn ich weiterfüsse. Oskar, wollt ihr das Einzige nicht genannt? In deinem Otten mal kurz. Kurz, ja. Kurz. Das sieht man doch auch. Gott. Hab ich schon mal. Kein von euch weg, ne? Nee. Ich auch nicht. Reiß dich am Riemen, das hast du schon mal gemacht. Ich nehme immer Otten. Genau das, die gleiche Frage. Tanzen du? Ganz hab ich gut. Ich glaube auch. Echt? Das ist doch bei mir. Also Stroph beim Tanzen, den konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber okay. Doch. God Night Jaw mit Henry. Ja, der ist gut. Muss der dann auch vorsingen? Eindeutig, ja, bin ich eindeutig. Obwohl ich auch jetzt... Ey, ich nehme einen Witz. Ich glaube, du singst gut. Auch mich? Bei mir nicht. Das ist irgendeine rotende Stimme. Ja? Danke. Bald ist Oktoberfest dann. Kannst du das brauchen? Kröhlich. Wo bist du mein Sonnenlicht? Wo bist du mein Sonnenlicht? Mit Video machen die jetzt. So. Ich zeig's so. Schon Pützi, der Weiße, ne? Ja, schon der Weiße. Immer so Weisheiten. Das kann nur aus dem Beruf sein. Ah, ja, ja. Du willst immer schrub, wenn ich nicht weiße. Ja, das weiß immer alles. Welches denn? Ja, siehst du mal. Dalai Lama? Du liest doch manchmal. Du liest nicht manchmal. Kinderbücher, ne? Ja. Mit Brille. T. TP. Ja, gut. Mit Mogeln oder ohne Mogeln? Ja, das ist die Frage. Dann fragen wir erstmal ohne Mogeln. Ohne Mogeln, okay. Dann bin ich ganz sicher, ne? Da muss man jemand anders nehmen. Ohne Mogeln. Der beste Spieler. Ohne Mogeln? Boah, gar keine Ahnung. Bei Brennenspielen. Ja, okay. Ohne Mogeln. Ich bin schon gut, ich nehme mich selbst. Also ohne Mogeln habe ich Treppen. Ja. Und mit Mogeln? Und mit Mogeln muss ich... Oh Mann, dafür sind die Spiele gemacht. Ich weiß es nicht, aber... Ja, bei Brettspielen spielen wir jetzt nicht so oft, aber ich bin extrem gut im Kartenmischen. Perfekt. Das kann ich schon. Aber das tue ich auch nicht. Das mache ich dann mit Ansorge.